Sie sagten, ein Tropfen meines Blutes könnte alles ändern. Leute heilen und vor dem Tod bewahren. Zwei Stunden sind seit der Prozedur vergangen. Subjekt verstorben. Es geschah, als es keiner sah. Wie Wurzeln in der Erde. Zu Vampiren. Zu Vampiren sind diese Monster geworden. Alles, was wir bisher wissen, ist, dass es mit Avon angefangen hat. Ein Unternehmen voller Parasiten, die es nach Unsterblichkeit dürstet. Diese Stadt wurde Stück für Stück verschlungen. Vermisste. Tote. Kulte. Sie kommen in der Nacht und lassen nur einen Hautsack übrig. Und als es so aussah, als könnte es nicht noch schlimmer werden, wurde es dunkel. Ihre Anhänger nennen sie Götter. Unglaublich mächtige Vampire, die über allen anderen stehen. Von der Wissenschaft erschaffene Götter. Aber wie halten wir sie auf? Vier Fremde auf einer Insel voller Vampire sind die einzige Hoffnung. Zeit, Redfall zurückzuerobern. Das ist mein Lebenswert. Das ist mein Lebenswert. Ihr könnt mich nicht töten. Ich bin ein Alptaut. Siehst du, was ich geschaffen habe? Ich bin das Ende und der Anfang. Ich werde dir alles nehmen. Jeige. Untertitelung des ZDF, 2020